du siehst die kante hier die kante guck mal und wenn du jetzt mal hier drin leuchtest siehst du das leder siehst du ganz deutlich auf jeden fall also der liegt zwar eigentlich scheiße herum aber er hat im lettner drin wenn wir mal langsam raus und es ist ein 42 ja ich glaube der macht unheimlich in erinnerung